hallo ihr lieben ich habe heute wieder mal was neues und habe mich an das material beton gewagt ich habe es noch nie genutzt habe mir da so ein fertiges set von der firma raya geholt ich hoffe ich spreche die firma immer richtig aus und weil ich halt erstmal schauen wollte wie funktioniert dieses material eigentlich es war vereinzelt nicht ganz so einfach aber im set war soweit erstmal alles drin es war die form beziehungsweise zwei formen mit drin es war zum anrühren was mit bei und ja der beton logischerweise dann war so ein bisschen wie heißt das schleifpapier mit bei und dementsprechend war bis auf also ich habe jetzt noch den becher dazu genommen und was man eben halt auch brauchte war ein bisschen öl damit man dass die form so ein bisschen einstreicht damit sich das dann eben halt auch ganz gut wieder auslöst aus diesen formen die sind sehr das sind so eine so eine plastik sachen ich weiß nicht ob ihr das kennt wo man halt zum teil eben dann halt auch mit bemalen kann oder ähnliches davon gibt es zum beispiel auch weihnachtskugeln wo man dann halt auch drin mit machen kann und dadurch war das dann auch relativ übersichtlich was man jetzt an material brauchte ich habe später die form also das fertige stück dann noch angemalt und finde das ergebnis an sich nicht schlecht ich hätte glaube ich jetzt rückwirkend noch mal ein stück weit anders gemacht aber dazu erzähle ich euch wenn es dann soweit ist und genau jetzt schaut erst mal ein bisschen zu ich habe es also dementsprechend sind jetzt erstmal eingeschmiert mit dem öl sowohl an der in der großen form halt innen drin und die kleinere form dazu außen weil diese kleinere form wird in diesen beton reingedrückt also dementsprechend musste die äußere form dann passieren genau und dadurch war das jetzt relativ entspannt und wenig groß aufwand genau der beton war dabei dann musste ich einen schluck wasser rein machen das steht aber alles sehr gut beschrieben was für mich jetzt auch vollkommen okay ist ich habe mich ein bisschen dusselig eingestellt mit der verpackung aber auch das glaube ich kennt jeder mittlerweile von mir vielleicht auch von sich selber verpackungen sind nicht einfach und genau dann habe ich das wasser da rein gemacht und habe dann ordentlich gerührt es ist gewöhnungsbedürftig vom beton her wie gesagt ich kenne beton noch gar nicht ich würde es glaube ich schon gerne noch mal ausprobieren mit einem anderen stück mit einer anderen form und wird da auch gerne noch mal schauen das ist wie mit dem resin oder jasmonit oder wie auch immer sich das ausgesprochen wird aber da schaue ich gerade noch da bin ich noch gar nicht sicher wo bekomme ich sehe ja was brauche ich noch dazu weil da gibt es so richtig nur bedingt fertige set und dadurch genau ich habe es dann kleinen moment stehen gelassen weil ich das gefühl hatte irgendwie war es dünn also zu vergleichen ist es irgendwie man hat einen schluck wasser und unten sind steinchen drin also so ungefähr war es jetzt so vom vergleich für mich natürlich erstmal relativ ungewohnt und wie gesagt ich sag gleich noch was dazu wenn ich es mache ich jetzt glaube ich jetzt rückwirkend noch mal versucht zumindest anders zu machen ob es jetzt wirklich dann gegangen wäre ist jetzt wieder eine andere sache ne also aber ich möchte es gerne noch mal nutzen und dementsprechend war das halt tatsächlich auch ein schöner test für mich so jetzt gieße ich es rein und war für mich jetzt das war jetzt eine sache vor ein paar minuten also überhaupt nicht viel aufwand aber man hat so ein bisschen so diese spannungsgefühl da jetzt zu schauen was kommt vielleicht am ende raus und dann habe ich noch so ein bisschen geschaut dass es verteilt ist und hab geschaut wie es jetzt am besten ist und dann kommt auch diese kleine form da rein die sollte so mittig reingedrückt werden ich habe sie irgendwie nicht so tief rein bekommen weil die fertige schale ist nicht ganz so tief wie sie mir vielleicht gerne gewünscht hätte was aber auch letztendlich es ändert nichts daran dass ich das ergebnis trotzdem sehr schön finden und ja und dann habe ich ganz viele steinchen aus meiner wohnung noch zusammen gesucht um diese kleine form zu beschweren damit sie halt nicht durch diese dieses trocknen halt oder dass das zu weit nach oben wieder schwimmt und das ganze habe ich jetzt dann circa zwei tage trocknen lassen zwei oder drei tage je nachdem ich bin auch nicht sofort dazu gekommen dass mir weiter anzuschauen beziehungsweise aus der form rauszunehmen und dadurch hat es einen moment gedauert aber es hat eben auch länger als die zeit halt gebraucht zum trocknen zumindest bei mir das kann natürlich auch immer an der luftfeuchtigkeit liegen das kann an allem möglichen liegen und habe auch ein bisschen gewurstelt mit dem rausholen und habe eben beim rausholen schon gemerkt okay ich würde es glaube ich gerne zur sicherheit noch einen moment trocknen lassen und dementsprechend habe ich dann eben das noch getrocknet mir ist leider unten die spitze von dem herzen abgefallen es hat jetzt aber auch nicht wirklich ich habe es dann versucht später beim weiteren bearbeiten dann entschieden ich versuche es ein bisschen abzufeilen aber es muss ja auch nicht immer extrem spitz sein also war das dann auch okay und wie gesagt ich habe es dann noch einen moment trocknen lassen und dann habe ich es weitergemacht ja ansonsten schon mal vorweg falls euch meine videos gefallen meine art von videos wie gesagt ich lerne immer noch dazu ich schaue immer dass ich euch da auch gut mitnehmen kann und ja ich bin kein profi für mich ist das ein reines hobby und dadurch nicht traurig sein wenn manche sachen vielleicht mal nicht so rüber kommen wie sie gerne möchte schreibt mir dann gerne mal rein dass ihr euch das gerne mehr gewünscht hättet oder ähnliches also wie gesagt es ist ein reines hobby für mich und ich habe spaß daran euch das zu zeigen was ich mache wo ich mich austeste wo ich gerne schaue was gibt es noch für möglichkeiten für sets und ähnliches und genau ihr dürft gerne einen daumen nach oben dann immer da lassen oder ein abo und ich freue mich über jeden einzelnen von euch und sage sehr lieb ganz ganz dolle danke und genau ihr seht ich habe dann so ein bisschen an dem herzen rum gefeilt sowohl an den kanten als auch innen drin ich hatte so ein bisschen angst weil es eben so gebröselt war dass ich es vielleicht kaputt mache und bin dann eben halt auch ein bisschen vorsichtiger mit umgegangen weil ich hätte schon kaum gefunden wenn ich nicht hinbekommen hätte und genau dann hatte ich noch farben wer sich daran erinnert ich hatte ja so ein töpfer set gehabt so ein DIY set und da waren noch farben drin und ich fand die farben an sich von der von der konsistenz her unheimlich schön und deswegen dachte ich mir mensch die machen sich bestimmt jetzt ganz gut für das beton beton war jetzt also in dem set war jetzt selber keine farbe drin es war jetzt auch nicht unbedingt zwingend vorgesehen dass da noch was bemalt wird ich wollte es bemalen weil ich es gerne schöner fand so und habe mich dann ebenso ein bisschen daran ausgetobt habe es erst mal weiß grundiert damit ich da erstmal eine schöne basis auf mich auch habe auch vom untergrund her weiß kann wenig zerstören als wenn ich jetzt irgendwie gleich mit krassen bunten farbe daran gehe und deswegen dachte ich mir ach nimm mal erst mal das weiß und schau dass du da eine gute grundlage dir erst mal schaffst und das hat sich auch wirklich gut gemacht ich habe sowohl drinnen als auch draußen also jeweils mit weiß grundiert und habe dementsprechend dann alles bemalt ich habe übrigens bei dem video jetzt habt ihr bestimmt schon gemerkt so ein bisschen überall den turbo reingehauen und würde jetzt den turbo noch mal hochziehen und dann könnt ihr mich im turbo sehen wie ich dieses herz bemale und jetzt male ich die äußere umrandung des herzens mit gold an ich fand das gold sehr angenehm auch vom farbschimmer her wie gesagt ansonsten war die halt auch wirklich sehr schön von der konsistenz also wer sich das video angeschaut hat oder so also das set selber war ich konnte mit dem töpfern bin ich glaube ich nicht ganz gut so klar gekommen aber die farben das set an sich war wirklich schön ja und weil es sich anbietet herz habe ich das herz natürlich innen rot angemalt weil es sich einfach angeboten hat ich hatte ja so überlegt ob ich noch so glitzer rein mache aber ich dachte mir nein ich bin jetzt auch nicht so der typische glitzer typ und dementsprechend habe ich dann mich dann nur für das rot entschieden und in der zeit ist dann auch draußen also am rand das gold sehr gut getrocknet und konnte mich dann da dementsprechend auch schon relativ schnell weiter dran machen ich habe so ein bisschen drüber gemalt auch das wird man von mir kennen ich bin auch manchmal ein ganz kleiner tollpatsch und kann bestimmte sachen nicht aber ich glaube wenn ich euch die dinge zeige ist das halt auch immer ein zeichen fehler können passieren es können auch einfach mal fails passieren die auch mit dazugehören und was auch überhaupt nicht schlimm ist jedem passiert das mal also habt da keine scheu wenn ihr irgendwie sachen ausprobiert und ja hier seht ihr auf jeden fall schon mein ergebnis ich mag's hab's da so ein bisschen für mich auch entdeckt ich werde es bestimmt auch nochmal machen mit einer anderen form und ich hoffe euch hat es gefallen und ich wünsche euch einen schönen sonntag